Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Das dauert natürlich endlos lange, das nachladen. Da haben wir kurz gedacht, einen anderen Spielplatz zu hören. Aber dem war nicht so. Keine Nahkampfwasser. Super. Hm. Keine Nahkampfwasser. Keine Nahkampfwasser. Keine Nahkampfwasser. Leider leichte Ruckler im Spiel, das nervt noch ein bisschen. Na gut, ich bin selbst schuld, ich weiß, wo man es liegt. Das kommt davon, wenn man nebenbei zwei Videos hochlädt. Keine Nahkampfwasser. Keine Nahkampfwasser. So, gucken wir mal, wo der gleich langläuft. Okay, ja, hier oben. Keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Ohne mein Gott, das gleiche. Ja, war oben, ne? Ohne. 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 Hier oben lief doch was, oder? Also nicht hier oben, aber in die Richtung ist ja irgendwas gelaufen. Ohne. 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 Das war's. Hm? Kann ich hier jetzt nicht aufsummonen? Na egal. Ich glaube, dass ich gehört, dass auf beiden Seiten Quillen sind. Okay, wie ätzend. Das war's. 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 Das ist so cool. Oh, Napthas. 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 Oh, Napthas.